das verbotene Buch über den Weltuntergang vom CIA beschlagnahmt und fast 50 Jahre unter Verschlussausrufezeichen. Und in diesem Buch, da beschreibt er ein Weltuntergangsszenario, dagegen ist jeder Hollywood-Film ein Kindergeburtstag. Und es wurde vom CIA als geheim eingestuft und die große Frage ist, warum? Laut seiner Beschreibung hat so ein Potsprung, den wir selbst ja noch nie wirklich erlebt haben, den es aber gibt, die Folge, dass die Erde kurzzeitig ihre Rotation einstellt. In einem Bruchteil eines Tages sind alle Spuren der Zivilisation verschwunden. Ob man es nun glaubt oder nicht, seitens des CIA gab es die Auskunft, dass man eigentlich gar nicht mehr weiß, warum das Ganze beschlagnahmt wurde. Ja, haben einfach den Olaf Scholz gemacht. Digga, ich weiß gar nicht mehr, weiß ich auch jetzt nicht mehr, was da war. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Das verbotene Buch über den Weltuntergang vom CIA beschlagnahmt und fast 50 Jahre unter Verschlussausrufezeichen. Es geht hier um die Adam und Eva Geschichte. Wir hatten uns da schon mal kurz ein Reels zu reingezogen damals, wo ich ein bisschen so Reels Reaction gemacht habe. Und jetzt habe ich ein Video gefunden bei Mythenmetzger, der das ganze Thema auseinandergenommen hat. Und da habe ich mir gedacht, da lasse ich mich nicht lumpen. Da gehen wir jetzt rein. Ich finde es sehr interessant. Also es hat mit Adam und Eva zu tun. Es hat mit dem Polsprung zu tun. Und es hat mit der Zukunft der Menschheit zu tun. Deswegen ist es auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Ich liebe euch. Peter geht los, Freunde. Lasst Daumen nach oben da. Schreibt ein Kommentarchen. Abonniert diesen Kanal. Und jetzt würde ich sagen... Und los! Willkommen zu einem neuen Beitrag. Liebe Mythengemeinde, hin und wieder. Da gibt es Geschichten, die sind so merkwürdig, dass man sich denkt, das kann eigentlich nur aus einem Film stammen oder von einem Romanautor erdacht worden sein. Miese Mystik, Bro, rein da jetzt, komm. Aber sie sind tatsächlich wahr. Und wenn das Ganze dann bekannt wird, dann gibt es da noch nicht mal wirklich eine Erklärung für. Und je nachdem, worum es sich dann dabei handelt, hinterlässt das Ganze dann irgendwie auch noch ein ungutes Gefühl. Zum Beispiel, wenn es wie heute um etwas geht, das mit einem kommenden Weltuntergang zu tun hat. Einer sagt, warum redet der so Grinch? Grinch. Bruder, jeder redet so, wie er es amazing findet. Und jeder Style ist gut, wenn man ihn lebt. Hör mal auf zu haten, mein Jutster. So, wir akzeptieren die Menschen so, wie sie sind. Ihr erinnert euch vielleicht, es gab mal eine Zeit auf YouTube, da gab es massenhaft Videos über die Zerstörung unserer Erde. Mal war es Nibiru, der irgendwie tausendmal gesehen wurde und unsere Welt pulverisieren wird. Oder es waren Asteroiden, von denen man ganz genau wusste, dass der trotz anderer Berechnungen die Erde doch treffen und zerstören wird. Und von Hellsehern wurde meist am Jahresanfang oder Jahresende ein Datum vorausgesagt, an dem die Erde untergehen würde. Ja, ich denke, ich lehne mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das ist alles nicht passiert. Und wenn man ehrlich ist, dann hat man sich diese Videos angesehen und nur die wenigsten haben das geglaubt. Entertainment halt. Aber es gibt eine Sache, die verlief ganz... Das ist aus dem Film 2012, Bro. Das gibt es auch. Film auch. Es ist ein krasser Film auch. Mit diesen Eichen, die die da bauen und so. Mies. Anders als alles, was wir bisher an diesen Dingen gehört und gesehen haben. Denn im Jahre 1965 schrieb ein Mann namens Jen Thomas ein Buch. Und in diesem Buch, da beschreibt er ein Weltuntergangsszenario. Dagegen ist jeder Hollywoodfilm ein Kindergeburtstag. Und er beschreibt in seinem Buch, dass dieser Weltuntergang nicht der erste war, den die Menschheit erleben musste. Und das, was daran so beängstigt, ist die Tatsache, dass er eben so beschreibt, dass das Ganze wieder passieren wird. Ich schließe das nicht aus, meine lieben Freunde. Also ich bin auch der Meinung, dass der Weltuntergang schon mal stattgefunden hat, sinnflutmäßig. Und dass dann die Erde wieder neu besiedelt wurde danach. Und ich schließe nicht aus, dass das auch nochmal vorkommen wird. Und ich glaube, das hat auch spirituelle Hintergründe. Also ich glaube, wenn die Erde wirklich so am Arsch ist, dass die meisten Menschen überhaupt nicht mehr bewusst sind und nicht mehr an was Höheres glauben und einfach gottlos unterwegs sind, dann wird Gott irgendeine Katastrophe um die Ecke schicken, um die Menschen wieder daran zu erinnern. So ey, ich bin oben. Und weißt du, spielt nicht Gott meine Judzen. Bevor irgendjemand dieses Buch lesen konnte, bevor irgendjemand erfuhr, worum es überhaupt geht, da wurde dieses Buch vom CIA beschlagnahmt. Und es wurde vom CIA als geheim eingestuft und fast 50 Jahre lang vor den Augen der Öffentlichkeit verborgen. Und die große Frage ist, warum? Und hinzu kommt noch etwas sehr Merkwürdiges. Nachdem das Manuskript auf das Dringen vieler Leute hin und dem Freedom Information Act dann freigegeben wurde, hatte es noch 55 Seiten. Allerdings soll, wohlgemerkt soll, das Buch 284 Seiten gehabt. Aha. Was also ist los mit diesem Buch und was darin geschrieben wurde? Zunächst einmal zur Klärung. Wir befinden uns jetzt hier auf einer Seite des CIA Reading Rooms. Das könnt ihr ja oben an der URL sehen. Das heißt, hier werden alle Dinge gezeigt, die irgendwann einmal geheim beschlagnahmt waren oder sonst irgendetwas in dieser Richtung, die dann aber wieder freigegeben wurden. Und hier könnt ihr auch sehen, dass es da ein Buch namens The Adam and Eve Story gibt. Wie ihr hier auch sehen könnt, es steht ja unter dem Titel, ist das ein Buch von Shane Thomas. Krass, aber The Adam and Eve Story hat ihr das genannt und dann wurde das sofort classified und 50 Jahre später wieder declassified und dann haben auf einmal knapp 150 Seiten gefehlt. Das Buch natürlich viel schöner aus, nicht so eine schlunzige Kopie. Das ist das Cover von dem Buch, das man heute dann kaufen kann. In bereinigter Kopie. Ja, das Buch trägt den Titel The Adam and Eve Story von Shane Thomas. The History of Cataclysms. Ja, und Cataclysm, oder wie wir es sagen, Cataclysmus, das ist die Bezeichnung für eine große, alles zerstörende Katastrophe. So steht's im Wörterbuch. Aber viel interessanter ist ja die Frage, was steht in diesem Buch? Im ersten Kapitel seines Buchs, The Adam and Eve Story, da beschreibt Shane Thomas eine gigantische Katastrophe. Und das Ganze beginnt mit einem sogenannten Polshift. Das bedeutet, dass sich die Pole der Erde verschieben. Polsprung, Bro. Hat man auch schon öfter mal gehört, ne? Der sogenannte Polsprung. Und das findet ja statt. Das ist wissenschaftlich, glaube ich, auch belegt. Alle 20.000 Jahre, oder wie war das? Und was daraufhin folgt, das ist eben diese gigantische Katastrophe. Und laut Shane Thomas ist das nichts, was uns alleine droht, sondern etwas, das auf unserem Planeten regelmäßig passiert. Und diese gigantischen Katastrophen hätten schon vor uns Zivilisationen komplett ausgelöscht. Und diese Katastrophen wären seiner Aussage nach nichts gewesen, was sich langsam entwickelt. Und auch bei dem, was uns, laut Shane Thomas, drohen soll, ist... Also einen Beweis habe ich dafür noch nicht gesehen. Echt? Menschheit. Ist das nicht offizielle Wissenschaft, egal? Gab es mal einen Polsprung? Auslöser der dramatischen Ereignisse war die bislang letzte Umkehrung des Erdmagnetfeldes, ein sogenannter Polsprung. Für 800 Jahre tauschten Nord- und Südpol ihre Position, wobei das Magnetfeld der Erde auf 28% der heutigen Stärke reduziert wurde. Wie oft gab es einen Polsprung? Vermutlich hat es in den vergangenen 20 Millionen Jahren etwa 10 bis 20 Polsprünge gegeben. Vermut die Vibes, Bro. Aber ich kann mir das schon vorstellen, um ehrlich zu sein. In wenigen Stunden nicht mehr existent. Laut seiner Beschreibung hat so ein Polsprung, den wir selbst ja noch nie wirklich erlebt haben, den es aber gibt, die Folge, dass die Erde kurzzeitig ihre Rotation einstellt. Kurzzeitig ihre Rotation. Allein dieses Erdmagnetfeld der Erde und so, da spekulieren ja auch viele Leute, dass das auch einen spirituellen Effekt hat und ja, dass man dann auch andere Dinge fühlen kann etc. Also so ein Polsprung hat natürlich auch Auswirkungen auf die Organismen auf der Erde. So weißt du. Und auf die Vibes bin ich mir sicher, wenn sowas stattfindet. Die Erde dreht sich mit ungefähr 1000 kmh um sich selbst. Wenn es durch diesen Polsprung so... Angeblich, ja. Es gibt ja auch Leute, die sagen, dass die Erde eine andere Form hat, als hier dargestellt, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und los. Dass es wie ein Abbremsen gibt. Dann bleiben zwar die Landmassen stehen, aber alles andere, was sich auf der Erde befindet und sich sozusagen mit 1000 kmh mitdreht, weshalb wir diese Geschwindigkeit ja auch gar nicht bemerken, dann würde alles, was nicht fest auf der Erde ist, sozusagen herumfliegen. Boah, stell dir mal vor, die bleiben stehen und alles, was los ist, Digga, fliegt einfach mit 1000 kmh. Tschüss. Das gilt eben auch für die Ozeane. Denn wenn die Erde kurzfristig steht oder die Geschwindigkeit sehr verlangsamt, dann ist das ja wie eine Vollbremsung. Und wer schon mal in einem Wagen, ich sag mal mit 120 kmh mitgefahren ist, der bemerkt diese Geschwindigkeit ja an sich selber auch nicht. Er sieht es vielleicht draußen, wenn die Landschaft vorbeizieht. Erst wenn man damit eine Vollbremsung macht, dann weiß man, wenn wir uns drehen halt, ne? Wenn wir uns drehen. Was das für Auswirkungen hat. Und so würde das auch sein, laut Shane Thomas, wenn die Erde kurzfristig durch diesen Polsprung in ihrer Drehgeschwindigkeit abgebremst wird. Durch diese Bremsung, da würde wirklich alles weggefegt, was nicht tatsächlich zur Erde gehört. Beziehungsweise alles, was nicht wirklich fest ist und Ozeane und Wasser ist nun mal nicht befestigt. Aber das ist ja nicht alles. Boah, Salamis, Bro. Hätt dich. Das Ganze gelte dann natürlich auch für Häuser, für Städte, für alles, was sich auf der Erdoberfläche befindet und nicht fest ist. All das würde im ersten Moment mit diesen 1000 kmh umherfliegen. Und Shane Thomas, der sagt, das ist nicht etwas, das uns nur droht, sondern das ist etwas, das wir schon hatten. Und das nicht nur einmal. Und er bezieht sich damit zum Beispiel auf die Sinnflut. Dazu komme ich dann später. Ja, macht Sinn für mich, Digga. Also wer glaubt daran, dass die Erde schon mal eine Katastrophe erlitten hat und große Teile der lebenden Organismen auf der Erde ausradiert wurden durch so eine Art Sinnflut oder andere Geschichten? Dann knallt man eine Eins rein. Also ich bin da schon überzeugt von. Ich möchte euch zunächst einmal jetzt vorlesen, wie er das ganze Szenario beschreibt. Also lehnt euch zurück, nehmt euch einen Keks. Nehmt euch einen Keks, meine Lieben, Freunde. Macht euch einen Tee ready. So, auf süß. Auf geht's. Ihr müsst dabei aber berücksichtigen, dass er dieses Szenario für die USA beschreibt. Aber hier bei uns sähe das dann natürlich nicht anders aus. Mit einem Rumpeln, das so leise ist, dass man es nicht hören kann, das sich steigert, pocht und dann in ein donnerndes Brüllen übergeht, beginnt das Erdbeben. Eines, das mit keinem Erdbeben in der aufgezeichneten Geschichte vergleichbar ist. In Kalifornien zittern die Berge wie Fahne in einer Brise. Der mächtige Pazifik bäumt sich auf und türmt sich zu einem mehr als zwei Meilen hohen Meerwasserberg auf. Und dann beginnt er sein Rennen nach Osten. Mit der Kraft von tausend Armeen greift der Wind an, zerreißt, zerfetzt, alles in seinem Überschall-Bombardement. Der unglaubliche Berg aus pazifischem Meerwasser folgt dem Wind in Richtung Osten und begräbt Los Angeles und San Francisco unter sich, als wären sie nur Sandkörner. Nichts. Ist halt wie der Film, wer hat den Film 2012 gesehen, ist halt genau so dann der Vibe, ne? Wer den Film gesehen hat, weiß auch, wie die da dann noch versuchen, den ein oder anderen Brät zu retten auch. Und dann dadurch die Erdkruste ist aufgerissen, Lava kommt unten raus, Tsunamis kommen von überall, von jeder Seite. Aber auch gar nichts hält den unerbittlichen, überwältigenden Ansturm vom Wind und Meer auf. Auf dem ganzen Kontinent wütet der tausend Meilen pro Stunde Wind mit seiner Hölle, seiner unheiligen Rache, überall erbarmungslos und unaufhörlich. Alles Lebendige wird in Fetzen gerissen, während es... Ja, Digga, der crazy Typ auf dem Berg, das war ein mieser Verschwörungstheoretiker. Bruder, der war der geilste, Alter. Der hat sich gefreut, Bruder. Das war der Einzige, der das Ding hingenommen hat, so wie es ist, weißt du? Die wollten den abholen. Der sagt, nein, ich bleib hier. Stellt sich auf den Berg so, guckt so diese Lava... Was war das? Lava, glaube ich, was gekommen ist auf ihn zu, so, ne? Hat eine ganze Erde platzt auf der steht und schreit so in den Himmel. Geiler Typ. Geiler Typ. Aber er hat's gecheckt. Ja, Bruder, da merkst du wieder die Verschwörung, die verrückten Verschwörungsmystiker. Der hat versucht, die Leute aufzuwecken und so. Keiner hat ihm geglaubt. Dann kam's um die Ecke so. Bester Mann. Kann man die Szene kurz hier einblenden, Digga? Wie heißt denn der? Ich hab Gänsehaut am ganzen Körper, Freunde. Und los. What are you allowed, Bro? Der ist doch der Einzige, der das embraced hat, ne? Wo das Land geweht wird und Erdbeben lassen keinen Ort unberührt. An vielen Stellen bricht der geschmolzene Untergrund der Erde durch und breitet ein Meer aus weißglühendem, flüssigem Feuer aus. Innerhalb von drei Stunden bewegt sich die Wand aus Meerwasser über den Kontinent und begräbt das vom Wind verwüstete Land unter zwei Meilen Wasser. Kurze Anmerkung, das wären ungefähr 3200 Meter. Ja, das Soch aus dem Film. Das kann einem den Nachmittag schon mal verderben. Aber machen wir weiter. In einem Bruchteil eines Tages sind alle Spuren der Zivilisation verschwunden und die großen Städte, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Dallas, New York, Boston, sind nur noch Legenden. Kaum ein Stein ist dort geblieben, wo noch vor wenigen Stunden zuvor Millionen von Menschen wandelten. Einige wenige Glückliche, die es schaffen, auf der Leeseite eines hohen Berggipfels wie dem Mount Massive Schutz vor dem brüllenden Wind zu finden, sehen, wie das Meer aus geschmolzenem Feuer durch die bebenden Täler unter ihnen bricht. Die tobenden Wasser folgen mit Überschallgeschwindigkeit, türmen sich immer höher auf, dampfen über das geschmolzene Erdfeuer und steigen fast bis zu ihren Füßen. Der liest das Buch vor gerade quasi, ne? Das können wir mal ein bisschen schneller machen, Digga. Ich will seine Mystik darauf haben, weißt du, warum das Buch geschrieben würde und so. Das kommt aber jetzt gleich noch. Warum wurde das Buch beschlagnahmt? Nur große, hohe Berge wie dieser können dem katastrophalen Ansturm standhalten. Nordamerika ist nicht alleine in seinem Todeskampf. Mittelamerika erleidet die gleiche Kanonade, Wind, Erdfeuer und Überschwemmung. In Südamerika sind die Anden nicht hoch genug, um die katastrophale Gewalt aufzuhalten, die die Natur in ihrem Berserkerwahn anrichtet. In weniger als einem Tag werden Ecuador, Peru und Westbrasilien von dem verheerenden Erdbeben wahnsinnig erschüttert. Die Anden werden durch den Überschallansturm des Pazifiks, der sich gegen die Berge wälzt, immer höher aufgetürmt. Der gesamte Kontinent wird von geschmolzenem Erdfeuer, Überschall, verbrannt, unter Kubikmeilen von katastrophalem Seegang begraben und dann in eine gefrorene Hölle verwandelt. Alles erstarrt. Menschen, Tiere, Pflanzen und Schlamm sind in weniger als vier Stunden steinhart. So, jetzt kommen wir dran. Europa kann sich dem Ansturm nicht entziehen. Der wütende Atlantik türmt sich immer höher auf und folgt dem kreischenden Wind nach Osten. Die Alpen, die Pyrenäen, der Ural und die skandinavischen Berge werden erschüttert und dann noch höher gehoben, wenn der Meereswall auf sie trifft. Westafrika und die Sande der Sahara verschwinden im Zorn der Natur unter dem wilden Angriff von Wind und Meer. Das Gebiet zwischen Saire, Südafrika und Kenia wird nur vom schweren Erdbeben und Winden heimgesucht, aber kaum überflutet. Die Überlebenden staunen über die Sonne, die fast einen halben Tag lang still am Himmel steht. Ost-Sibirien und der Orient erleiden in der Tat ein seltsames Schicksal, als ob eine riesige unterirdische Sense die Grundfesten der Erde wegfegt, begleitet vom Wind in seiner schreienden Symphonie von Überschalltod und Zerstörung. Während das artische Becken seine polare Heimat verlässt, werden Ost-Sibirien, die Manchurei, China und Burma der gleichen Vernichtung ausgesetzt wie Südamerika. Wind, Erdfeuer, Überschwemmung und Erfrieren. Dschungeltiere werden vom Wind zerfetzt, zu Bergen aus Fleisch und Knochen aufgetürmt und unter Lawinen aus homogenisiertem Meerwasser. Erzählt der gerade einfach, was in dem Film passiert? Ne, der erzählt, was in dem Buch steht, Bro. Und Schlamm begraben. Dann kommt der plötzliche, scheinbar unendliche Vorrat. Aber das hat sehr viele Parallelen zu dem Film, ne? Ist mir auch direkt aufgefallen. Schrecklich im augenblicklich lähmenden Temperatursturz von 180 Grad. Laut offiziellen Books dreht sich die Erde mit 330.000 Kilometer pro Stunde. Ich stelle mir die Frage, warum ist die Flugzeit von Berlin nach New York in beiden Richtungen gleich? Eigentlich dürfte doch das Flugzeug Berlin mir erreichen. Atmosphäre, Bro. Die Atmosphäre zieht doch alles mit, Diggi. Wir spüren das doch gar nicht, dass die Erde sich dreht. Und die Leute denken immer, die denken immer, ja, wie können wir dann überhaupt auf der Erde laufen? Und warum haben wir nicht einen Effekt? Warum fühlen wir das nicht alle und so? Das wird ja alles mitgezogen, Bro. Angeblich. Weiß es ja selber nicht, Diggi. Aber es wird ja alles mitgezogen, Diggi, weißt du? Oder nicht? Deswegen fühlt man das nicht. Und deswegen muss man das auch nicht einberechnen in irgendwelche Flugzeiten oder was auch immer so. I don't know, Diggi. Was die Verschwörungsmystiker sich da alles aus dem Arsch ziehen, ist schon crazy. Aber ey, wie gesagt, ich bin auf keiner Seite. Ich weiß es doch selber nicht. Ich war doch nicht da gewesen. Jungs, Mädels, ich weiß es doch nicht. Yo. Ich weiß es doch nicht. Trägheit, wie man durch den Zug oder Bus läuft. Fahrenheit. Anmerkung, das sind ungefähr minus 82 Grad Celsius. Kein Mensch, kein Tier, keine Pflanze, kein Schlamm, keine Erde und kein Wasser bleibt auf dem gesamten ostasiatischen Kontinent, der größtenteils unter dem Meeresspiegel liegt, ungefroren. Die Antarktis und Grönland mit ihren Eiskappen drehen sich nun in der Torrezone um die Erde und die Wundes und der Überschwemmungen hält sechs Tage lang an. Am sechsten Tag beginnen die Ozeane, sich in ihrem neuen Zuhause einzurichten, indem sie von den Hochflächen abfließen. Am siebten Tag ist das grausame Wüten vorbei. Die arktische Eiszeit ist zu Ende und eine neue Steinzeit beginnt. Die Ozeane, die großen Homogenisatoren, haben eine weitere tiefe Schlammschicht über die bestehenden Schichten in den großen Ebenen gelegt. Das Becken des Golfs von Bengalen, östlich von Indien, befindet sich jetzt am Nordpol. Der Pazifische Ozean, westlich von Peru, befindet sich am Südpol. Grönland und die Antis, die sich nun äquatorial drehen, müssen feststellen, dass sich ihre Eiskappen in der tropischen Hitze wie verrückt auflösen. Gewaltige Wasser- und Eiswände stürzen auf die Ozeane zu und reißen alles mit sich. Von den Bergen bis zu den Ebenen und bilden dabei riesige saisonale Moräne. In weniger als 25 Jahren sind die Eiskappen verschwunden und die Ozeane auf der ganzen Welt steigen mit dem neu hinzugekommenen Wasser überzeugt. Das Szenario an sich interessiert mich halt nicht so krass, um ehrlich zu sein. Ich würde direkt rüberspringen zu, warum wurde das Buch beschlagnahmt? Freunde, wenn es euch nichts ausmacht. Ob man es nun glaubt oder nicht, seitens der CIA gab es die Auskunft, dass man eigentlich gar nicht mehr weiß, warum das Ganze beschlagnahmt wurde. Ja, die haben einfach den Olaf Scholz gemacht. Digga, ich weiß gar nicht mehr, weiß ich auch jetzt nicht mehr, was da war. Ne, wir haben das einfach, das war ein missglückter Tweet, bro. Das war der Lauterbach, ne? Einfach so, aus Versehen, sorry. Es ist halt so viele Jahre her, das Buch hätte da gelegen und es hätte sich dann weiter niemand drum gekümmert, bis dann irgendwann einmal so die Nachfrage kam, äh, können wir das Buch langsam mal wieder veröffentlicht haben, bitte? Und erst da wäre den Menschen, die heute beim CIA arbeiten, aufgefallen, dass dieses Buch überhaupt da in ihrer Verwahrung war. In den letzten 50 Jahren hat das einfach da anscheinend keinen mehr interessiert und es wurde sich auch nicht darum gekümmert. Also eine Antwort, warum dieses Buch beschlagnahmt wurde, die gibt es nicht mehr. Ich habe mir das Ganze jetzt mal so ein bisschen angesehen und habe mal so ein bisschen recherchiert. Und da kam mir so eine Idee, warum das Ganze beschlagnahmt worden sein könnte. Also nicht, dass ich jetzt sage, es war so, es ist einfach eine Überlegung von mir. Zu dieser Zeit, als dieses Buch erschien, da war das nicht das einzige derartige Buch mit so apokalyptischen Beschreibungen. Es gibt in diesem Buch aber einen Unterschied zu anderen Büchern dieser Art, die zu dieser Zeit erschienen sind. Okay. Thomas, der greift in diesem Buch das an, was in der Bibel als göttlich beschrieben wird. Und in den 50er, 60er Jahren in den USA, das wissen wir durch andere Dinge, das ist jetzt auch keine Verschwörungstheorie, das ist einfach so, da waren die Geheimdienste in den USA sehr stark mit Menschen besetzt, die sehr christlich waren. Und wenn dann jemand kommt und sagt, hey Leute, die Sinnflut, das war ja gar nicht Gott, das war ja durch einen Polsprung. Dann greift er das erste Mal sozusagen die Bibel an. Ja, aber man muss ja, wenn man ein bisschen einen weiterdenkt, dann ist auch ein Polsprung ja verursacht von Gott, weil alles ist ja Gott. Weißt du, was ich meine? Es hängt ja alles miteinander zusammen, deswegen... Aber ja. Er macht ja noch mehr. Ich lese... Macht schon Sinn irgendwie. ...deine Nummer so einen kleinen Abschnitt vor. Am Ende des Kapitels, wo er diesen Kataklysmus, also die ganzen Katastrophen beschreibt, da hat er einen Satz. Und der lautet, nach diesem Kataklysmus schließen wir uns Noah, Adam und Eva... Ja, aber so weit denken die meisten nicht. Ja, ich weiß. Und das sind natürlich auch nicht die, also gerade so die Oberhäupter von den Kirchen, dies, das, blablabla. Die reden ja immer von einem Gott, der irgendwo extern ist und der wie so ein Mann im Himmel ist und der alles beobachtet und so. Und die erzählen ja nicht davon, dass Gott eigentlich alles ist. Weil wenn Gott alles ist, dann würde das ja mit inbegriffen sein. Aber die haben ja eine andere Philosophie. Leider. Leider. Atlantis, Mu und dem Olymp an. Und Jesus schließt sich Osiris, der Aroa, Zeus und Vishnu an. Damit sagt er eigentlich aus, dass Jesus sich den anderen Göttern, anderer Zivilisationen anschließt und eben nicht mehr Gott, also dem Christengott. Er sagt damit eigentlich, dass unsere Religion und andere Religionen, klar, durch die fehlenden Menschen dann untergehen und sozusagen ein neues Gemenge an Religion und Göttern auftreten wird. Und es gibt ja noch so ein, zwei weitere Stellen in dem Buch, wo, ich sag mal, Jesus jetzt nicht so gut wegkommt nach christlicher Vorstellung. Also er beschimpft ihn da auch nicht, aber das sind halt so Dinge, wie ich gerade vorgelesen habe. Nun muss man sich vorstellen, dass in den Geheimdiensten, wie gesagt, da waren wirklich erzkonservative Christen zugange. Sehr, sehr viele. Und dann kommt da jemand an, der sagt hier, die Sintflut, das war ja nicht von Gott, das war ja durch den Polsprung. Kann sein, ja. Jesus und so weiter wird es danach eh nicht mehr geben. Danach werden alle Götter verschwunden sein oder eben ein Gemenge aus allen Göttern. Ja, und dann diese Beschreibung, dieses gigantischen Kataklysmus, der eben nicht durch Gott ausgelöst wird, sondern eben auch durch die Natur, durch den Polsprung. Das kann unter Umständen so einen erzkonservativen Christen so ein bisschen auf die Palme bringen. Und wenn ich dann mehrere davon habe, die auch noch die Befähigung haben, so etwas zu beschlagnahmen, damit es keiner liest, wenn man nicht will, dass die Welt da irgendwie in Zweifel gerät, die christliche Welt oder so, dann könnte ich mir vorstellen, dass die gesagt haben, wir ziehen das Ding einfach ein. Aber das könnte sein, könnte sein, was ich gesagt habe oder könnte auch einfach sein, dass da die Wahrheit drin steht. Und die das von den Menschen fernhalten wollten. Kann alles auch in Kombination gewesen sein sogar. Das ist nur so ein Gedanke von mir. Denn alles andere, was in diesem Buch steht, das hat es da schon x-mal vorher gegeben. Nur eben ohne jeden Bezug zu Jesus oder Gott oder... Ach so, okay, das ist krass. ...dass da die Bibel angezweifelt wurde. Aber wie gesagt, nur ein Gedanke von mir. Aber wer war dieser Shen Thomas eigentlich? Wenn man liest, was er geschrieben hat, da geht man ja davon aus, dass der da einen entsprechenden Hintergrund hat. Den hat er allerdings nicht. Und auch solche Geschichten, dass er mal bei der CIA war und an Geheimprojekten gearbeitet hat, das stimmt alles nicht. Shen Thomas war ein Autor und der hat sich mit Themen beschäftigt, wie wir sie heute von verschiedenen Autoren auch noch kennen. Das sind dann so... Mieser Mystiker halt, ne? ...bücher, ich sag mal, die gehen so in den esoterischen und teilweise auch in diesen Bereich hinein, ich sag mal, den man alternative Wahrheit nennt. Daneben hat er noch ganz andere Bücher geschrieben, zum Beispiel eins über die natürliche Geburt. Oder auch über ESP, also außersinnliche Wahrnehmung. Krass, Natural Childbirth Self-Thought. Crazy, der macht einfach ein Buch über... ...Naturalgeburten mäßig, oder was? Shen Thomas war kein Wissenschaftler. Und für all das, was er in seinem Buch... Kein Wissenschaftler macht ein Buch über Geburten, das ist ja heftig. ...schreibt, gibt es eben keine wissenschaftlich fundierten Daten. Das bedeutet, seiner Meinung nach würde ein Polsprung so verlaufen. Aber dafür gibt es eben keinerlei wissenschaftliche Nachweise. Und das, was er in seinem Buch anspricht, das ist genau das, was heute auch noch angesprochen wird. Das ist auch nur so big geworden, das macht auch Sinn, ne? Weil die das classified haben, weil die CIA das beschlagnahmt hat, das Buch, für 50 Jahre lang. Und dann auf einmal dann erst wieder freigegeben hat, mit fehlenden Seitenanzahl. Das ist der Grund, warum das auch so gehypt wird, denke ich mal. Ich habe viele Videos über das Thema gesehen. Und wenn die das einfach zugelassen hätten, dann wäre das eins von vielen Büchern gewesen wahrscheinlich, weißt du? Also die haben das größer gemacht mit dieser Aktion, als wenn die es einfach gelassen hätten. Das sind Autoren, und das meine ich jetzt nicht wertend, die einfach die wissenschaftlichen Erkenntnisse im Bereich der Archäologie zum Beispiel anzweifeln und ihre eigenen Theorien veröffentlichen. Und genau so ein Buch von so einem Autor ist halt dieses Buch. Das hat es also schon 1965 gegeben. Ja, aber wo sind die fehlenden Seiten aus diesem Buch? Ich möchte mit euch mal einen kleinen Ausflug machen, und zwar zur Michigan State University. Also nicht in echt, ihr könnt sitzen bleiben, sondern hier in diesem Video. In dieser Universität. Ach schade, ich habe gedacht, wir fliegen jetzt nach Michigan, mein Jutsch da. Michigan und Inman, und los. Da werden alle Bücher gesammelt, die jemals in den USA erschienen sind. So etwas haben wir hier ja auch. Und es gibt halt ein Verzeichnis, das sagt genau aus, wann das Buch erschienen ist, wie viele Seiten es hatte, wer es geschrieben hat und so weiter und so fort. Und wenn wir uns da reinklicken, da sehen wir die Informationen über dieses Buch. Und da steht eben, dass es 1965 erschienen ist und 55 Seiten hatte. Und wenn wir uns dieses Buch nun einmal ansehen, so wie es ursprünglich erscheinen sollte, dann seht ihr, dass das eine Kladde ist. Also mehr oder minder, selbst der Umschlag ist aus Papier. Und das hat jetzt keinen Pappdeckel hinten und vorne, wie man das von einem richtigen Buch erkennt, sondern das Ding ist komplett aus Papier. Also es war kein richtiges Buch. Aber wenn ihr jetzt im Internet unterwegs seid, da werdet ihr tatsächlich Bücher finden, mit diesem Titel von Shen Thomas, die dann 220, 230 Seiten haben. Wie kommt das? Das ist relativ einfach erklärt. Ihr merkt ab Seite 55, dass da nicht mehr Shen Thomas schreibt. Diese Verlage, in denen dieses Buch dann erschienen ist, die haben da nachgearbeitet. Die haben Erklärungen. Ja, okay, jetzt geht die ganze Mystik hier verloren, meine lieben Freunde, ja? ... und weitere Theorien angefügt. Aber das Ganze ist dann eben nicht mehr das Original von Shen Thomas. Das hatte in der Tat 55 Seiten. Und es wird auch Werbung damit gemacht, dass dieses Buch von der CIA beschlagnahmt wurde. Das ist ein Fakt, das habe ich euch am Anfang auch gezeigt. Ich habe da so meine Erklärung angefügt, aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Warum das Ganze beschlagnahmt wurde, das weiß man eben nicht wirklich. Aber nun ist es auch so, dass in einigen, ich sag mal, Online-Handlungen bei den anderen Büchern von Shen Thomas steht und endlich ist es freigegeben und komplett verfügbar. Also seine anderen Bücher. Und von denen ist in Wirklichkeit nicht eines vom CIA eingezogen. So eine Info am Anfang vom Video wäre toll. Ja, Bro, dann hätten wir es nicht durchgezogen. Wahrscheinlich. Weißt du, was ich meine, Deus? Dann wäre der Spannungsfaktor ja schon direkt rausgenommen worden. Ist okay, Bro. Ist okay. Also aufgrund der Tatsache, dass der CIA diese... Ich glaube trotzdem, also ich bin überzeugt davon, dass diese Polsprungi-Vibes auf jeden Fall stattfinden. Und dass es eventuell auch nochmal wieder auf uns zukommen kann. Ich habe keine Angst davor, da machen wir irgendwie eine Platte oder so, aber kann schon sein. Und es wird dann interessant werden. Spannend auf jeden Fall. Die Generation, die damit zu dealen hat, das wird für die auf jeden Fall spannend. Wenn man das Buch irgendwann einmal beschlagnahmt hat, wird ein großes Verwirrspiel betrieben. Beabsichtigt oder nicht. Derzeit, da wird ja sehr viel von einem Polsprung gesprochen und geschrieben, weil sich die Pole einfach bewegen. Die magnetischen Pole im Moment. Und einige Wissenschaftler sind der Meinung, dass uns so eine Umkehr der magnetischen Pole bevorstehen könnte. Aber... Die bewegen sich auf jeden Fall. Ja, 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 das habe ich auch schon mitbekommen. Man weiß es halt nicht, ne? Es gibt eben auch nicht den geringsten Hinweis darauf, dass das solche Folgen haben wird, wie in diesem Buch beschrieben. Es wird andere Folgen haben, Folgen für die Technik und so weiter. Und es wird unter... Spirituelle Folgen auch auf jeden Fall, denke ich. ...zu erheblichen Problemen führen. Aber seit Jahrzehnten bereiten sich Wissenschaftler und Techniker auf dieses Ereignis vor. Und es gibt schon einiges an Schutz vor diesem Szenario, was die Technik betrifft. Und nach allem, was ich darüber so gelesen habe, und ich habe mir eher da so... Vielleicht bauen die deswegen Bunker hier, Zuckerberg und Kollegen. Einiges durchgelesen. Droht uns da kein Weltuntergang, selbst wenn es so weit kommen sollte. Jetzt wieder meine persönliche Meinung. Ich denke, dass wir uns aufgrund des Buches von Jean Thomas keine Sorgen machen müssen, dass die Erde unter... Man muss sich sowieso keine Sorgen machen, ob irgendwas untergeht oder nicht. Wenn es kommt, dann wird es so sein, weil es so sein soll. Nicht mehr und nicht weniger. Und dann muss man das einfach so hinnehmen, wie es ist. Einfach in jedem Moment versuchen, im Moment zu leben. Und das Leben zu genießen. Und wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Wir leben eh weiter auf einer anderen Ebene. Das passt schon. So, das passt schon. Das hat dann wahrscheinlich auch einen sehr guten Grund. Und es muss so sein. Das Einzige, was mich interessieren würde, wäre der tatsächliche Grund, der wirkliche Grund, warum der CIA damals dieses Buch beschlagnahmt hat. Wie gesagt... Das ist schon eine interessante Sache auf jeden Fall, warum die das Buch beschlagnahmt haben. Für mich persönlich ist die eben genannte Erklärung irgendwie so ein bisschen hervollziehbar. Aber wie gesagt, das ist nur eine Einschätzung von mir. Ja, meine Lieben, und jetzt seid ihr gefragt. Ich küsse doch deine Zirbeldrüse. Er war ja trotzdem interessant. Auch lustig kurz zwischendrin haben wir nochmal den Film reingezogen. Ein bisschen. Den miesen Mystiker. Wie heißt er? Woody, Alter. Hier. Der Cousin aus dem Yellowstone National Park. Gute Geschichte auf jeden Fall. Schreibt mir eure Gedanken dazu auf jeden Fall unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Haltet die Ohren steif. Bis dahin. Peace out. Gang. Und raus.